Weiter geht's mir bei, du hast Gate 3. Erstmal müssen wir jetzt hier kurz einen Rast machen, weil ich halb tot bin. So. Äh, oh ja, jetzt muss ich lauter machen. So, Shadowheart, du darfst mich da erstmal voll heilen. Weil, ist nicht schlecht, ne? So, okay. Muss ich hier nochmal lauter machen? Moment mal kurz. Oh, nur Moment, oh, 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 oh. So, okay. So, Shadowheart, ne? Du heilst mich jetzt hier. Mach mal hier, Full Life. Ist schon nicht schlecht, aber am besten nehme ich einfach einen Trank, ne? Nicht nur einen. Lug ein paar Tränke runter mit dem Geself. So. Hier, zum, ähm, Catch von letzter Folge. Folge. Hier muss man einfach ein Item benutzen, und zwar das hier. Warte, wie spiele ich das denn? Achso. Jetzt. Ähm. Spiel die Lyra der Spinne. Und ich glaube, dann kommt ihr, und dann kommt man hier durch. Ist das richtig? Aha. Aha, da ist er doch. So, wie kann ich jetzt meine Waffen wieder haben? Das ist ja, ähm, nicht so schön. Fuck, was waren denn meine zwei Waffen? War das nicht die beiden? Oh, nein, was waren denn die meine zwei Waffen? Oh, hab ich ein kurzer Gedächtnis manchmal? Das ist es nicht. Was war das denn? Muss ja eins hier davon sein, ne? Hä? Übersehe ich irgendeine Waffe? Ne. Doch, übersehe ich. Okay, die beiden waren das dann, ne? Okay. So. Ähm, kann sie mich hier in die Dunkelheit mitnehmen? Ui, bist du widerlich. Oh. Ich hab nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Ähm. Äh, ich habe sie im Namen der Absoluten getötet. Bring mich jetzt nach dem Mondaufgang, oder ihr leidet das... Ihr leidet das gleiche Schicksal. Mein Gott. Okay. Hä? Hä? Das geht nicht? Okay, Dialog spinnt irgendwie. Päuschen. Geht auch nicht. Warum? Ich hab sie abgeschlachtet. Ne, das geht ja auch nicht. Hä? Warum geht das nicht? Hä? Ähm. Warum spinnen die Dialoge dann? Ich will den ja nicht töten, oder... Ah, jetzt muss ich ihn kennen. Egal, ist eine Spinne, was soll's. Ich hab sie abgeschlachtet. Genauso, wie ich es mit euch tun werde. Werde ich? Werden wir sehen. Ich mach dich jetzt weg hier. Oh. Heilige Flamme. Na, das wäre wunderbar. Am besten booste ich mal... Nein, das ist Tank. Quasi Tank. Mich selbst. Warum nicht? So. Jetzt greift er an. Wie sehr tust du mir weh? Du tust erst mal selbst weh. Oh. Der greift häufig an. Damn. Ähm. Geht das noch? Jawohl. Vorteil. Wehschlag. Ey, Junge. Also, so fangen wir hier gar nicht an. Komm, beiß mir. Knabber mal rum. Sieben Dammit. Oh, der ist so dinky. Trifft das nicht, ne? Wenig. Sehr wenig. Nee, der kann ich nicht benutzen. Hm. Oh, oh. Let's go, Carlack. Frag mir was für dein Geld hier. Rücksichtsloser Angriff. Trifft. Ja, scheiße. Egal, wir ballern alles drauf. Wunderbar. Der richtig gut funktioniert. Sturmangriff. Sehr gut. Okay. Jetzt darf ich nochmal. Hey, die Flamme. Trifft, trifft, trifft. Entropischer Schutz? Hat mir nicht eben nicht so viel gebracht, ne? Muss ich mal ehrlich sagen. So, Feuerfall. Ziel ist zu nah. Ja, gut, das stimmt natürlich. Gut, Angriff. 19 Damage, geil. Ich bin ihm auch nochmal einen Bonusangriff hier. Komm, zack. Fisch. So, nochmal. Vielleicht fliegt er dann. Er fliegt nicht. Carlack. Heating up. Let's go. Trifft. Hm. Und der ist doch gleich tot. Den haben wir doch gleich. Der ist doch gleich weg. Das trifft nicht alles. Verdammt. Du musst auch mal lesen, was da steht, ne? Oh, doppelkript. Du bist halt. Das ist ein Schwein. Na, das können wir nicht machen. Nochmal. Machen wir dazu. Der ist ja gleich tot. Ja. Lebt mal hier mich wieder, bitte. Danke. Kann ich noch was einsetzen? Nee. Hab ich einen Trank? Einen dicken Trank? Hab ich noch. Okay. Gott sei Dank. Geht nicht. Scheiße. Heilige Flamme. Komm, komm, komm. Ich mach ihn damit. Schön. Und der ist noch halb tot. So, mach ihn weg, Steril. Mach ihn weg. Mach die Spinne weg. Bam. Gott sei Dank. So, was ist das hier? Mitnehmen und was? Ich seh das nicht. Hallo. Mondlaterne. Mondlaterne. Warte, warte, warte. Tiny Pixie? Tiny Pixie? Weiß ich nicht. Was für ein... Braucht die Lampe hier? Was für ein Mechanismus ist das da unter der Lampe? Ich darf es nicht nennen, Neufeld, Freund. Der feinste Tuch könnte mein Handeln schreien. Der Mechanismus wird tätigen. Nein, nein. Das können wir nicht machen. Oh Gott. Jetzt gibt es wieder so viele Optionen. Ei, ei, ei. Da müssen wir mal gucken. Wie wir das hier machen. Den Pixie freilassen. Bye, bye. Ich hab dir gern geholfen. Oh. Ich muss den Schattenflug überwinden. Könnt ihr mir helfen? Hey, hey, hey. Sehr gut. Danke. You're welcome. Danke. Wie benutze ich das Ding jetzt? Äh, wo ist denn das jetzt hier? Da. Da. Hä? Warte, was? Huch. So, was wartet denn hier auf uns? Können wir das jetzt benutzen oder funktioniert das automatisch? Boah, ich muss das Ding hier mal... Also, das muss ab. Das geht nicht mehr. Ablegen. Kann ich das jetzt hier anziehen oder so? Verwenden? Achso, ah. Ah, ich muss nur gesegnet werden. Okay. Boah, ich hasse auch Sümpfe. Naja, ist nicht so hübsch. Seid nett zueinander. Holztur. Mach mal auf. Zeig mal, was drin ist. Was ist das hier? Seen, so nach dem Monden. Kupferring. Boah, könnte ich verticken, aber... Ich bin halt dezent voll. Ich weiß nicht, was ich da noch machen sollte. Ich hab so viel Waffen. Schwarzer... Oh, was ist denn hier? Ja, komm, buddeln wir mal ein bisschen. Ein Buddle-Action. Hop, hop, hop. Gold und Kupferring, nimm mal mit. Fahrzeugen wir gleich. So. Ist das so eine verlassene Stadt hier, oder was? Hier ist es nicht so hübsch. Also finde ich jetzt nicht so idyllisch. Macht mir ein bisschen Angst. Ist es nicht so schlecht? Oh. Da hat er recht. Hoppa. Ist der will. Komm mal hier hoch, mein Schätzchen. Komm mal hier hoch. Zu hoch? Ach, halt auf. Fällt ihm mal nicht so an hier. So. Du darfst ein bisschen was knacken. Da stehst du da drauf. Should be easy. So. Bonus plus 18. Ja, komm. Should be easy. Ja, klar. Erfolg. Und was ist drin? Okay. Amulett. Die gucke ich mir alle im Lager an. Erstmal müssen wir weiter mit der Story vorankommen. Ähm. Waren wir jetzt hier überall? Boah, es gibt so viel zu erkunden hier. Ei, ei, ei. Waren wir denn hier lang? Oh. Warte mal, was ist denn da oben? Wie kommt man da hoch? Nein, du bist nicht silly. Du sprichst mal ein bisschen was aus hier. Sie ist cute. Das stimmt. Ne, shit. Wie komme ich da hoch? Hier hoch? Verwenden. Ah, okay. Gott sei Dank. So kommt man da hoch. Nein, was ist das hier? So egal. Okay. Aha. Gut. Waren der Lektüre, den sie mir irgendwann mal durch, ne? Bei Zeiten. So eine Abendlektüre, ne? Ja. Haben wir hier Schrifthose gut. Und ein bisschen Gold. Gold geht immer. Jetzt, was sagt denn die Karte? Oh, Junge. Die sagt aber einiges. Ach, du Scheiße. Oh, Junge. Wegpunkt entdeckt. Das, äh, finde ich gut. Schatten. Oh, das ist, glaube ich, nicht richtig hier, oder? Kommt ihr? Ich brauche vielleicht eure Hilfe gleich mal. Oh, paar Tränke schlucken. Ich habe bald keiner mehr. Ich sollte dringend Tränke kaufen gehen. Damn. Das ist ja übel. Die Fienki-Kriegerin? Oh. Was ist? Was willst du denn so spielen? Alter, solche Stimmen mag ich ja gar nicht, ne? Oh, oh. Was kommt denn jetzt? Was? Ey, Junge. Nein, hast mir nicht erschrocken. Oh, du hast coole Augen. Ähm. Echsenmeister, Arkane, Kunde. Eine andere Präsenz in der Nähe des Jungen. Ihn begutachten und ergründen, was diese Präsenz sein könnte. Plus sieben bis zehn. Ja, das knackt doch schon gut rein, ja. So. Was ist denn das? Was geht denn hier wieder ab? Das ist ein bisschen fischig hier. 19. So. Erzähl mal, was ist hier los? Okay. Das dachte ich mir schon fast. Ruhe alt? Oh. Du bist nicht, was du vorgibst. Ich spüre es. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin nur ich. Ich habe eine Mutter, eine Vater, einen Pettbewerb. Arkane konnte den Jungen studieren, um seine wahre Begründung zu verstehen. Ah, die Arkane-Kunde macht sich bemerkbar, ja. Prüfen. 19. Was, das hatten wir doch schon. Du möchtest spielen? Na schön. Okay. Also gut, los geht's. Ich schummel doch nicht. Ich würde doch niemals schummelen. Wo geht denn der hin? Wo ist denn der jetzt hin? Da habe ich jetzt. Oh, Junge, was ist das denn? Oh, wo ist denn der jetzt hingegangen? Ähm. Shit, wie finde ich den jetzt? Ja gut. Das lief nicht so gut. Wo ist er denn? Hier komme ich nicht rüber, ne? Oder? Hm. Oh, wie findet man den denn? Keinen Frechdachs. Okay. Ja. Würde sagen, du hast gewonnen. Ich finde dich nicht. Zeig dich mal jetzt. Okay. Mach's gut. Bye, bye. Vielleicht steht hier irgendwas drin. So. Was ist das denn hier? Da war es keine Mission? Okay. Nö, scheinbar nicht. Ist hier irgendein Weg, den ich übersehe vielleicht? Man muss doch irgendwie da hinten hinkommen. Hm. Da ist auf jeden Fall was. Was the fuck? Ich sehe aber wirklich nichts, ne? Da kommt man auf gar keinen Fall rüber. Aber verdammt. Ne, keine Chance. Selbst, äh. Karlak dürfte da nicht rüberkommen. Oder? Ach, kommt sie sogar. Oh, shit. Aber Karlak gegen den Rest der Welt ist wild. Rest der Welt. Ja, Jungs. Ich kann euch von hier nicht helfen. Oh, shit. Komm. Bisschen boosten. Oh, Gott. Was ist das denn hier? Ähm. Oh, Laskarlak in Ruhe. Oh, mein Gott. Mein Mage-Charakter. Mein Hexenmeister. Müsst du dringend da diesen Deutsch-Sturm hinbekommen? Oh, Gott. Die wird so attackiert. Rettungswurf. Geil. Ey, Junge. Darf ich mich auch mal wehren hier, oder? Was ist das denn jetzt hier? Die stehen so gut, dass mein Mage würde so reinknallen jetzt. Wir schauen mal gleich. Da sind noch zwei extra. Wo kommen die her? Ach, die stehen da. Boah, die Arme ist so umzingelt. Okay. Können die irgendwas machen? Hansa. Gut. Shadowhawk. Ach, äh. Asterion. Mh, das ist nicht gut. Das sieht hier gar nicht gut aus. Trifft das? Zehn Damage. Immerhin. Okay. So. Wir machen die hier weg. Das dürfte so hart reinknallen. Oh, ja. Schön. Jawohl. Geil. Funktioniert doch. So. Der ist tot. Der hinter mir, der ist nervig. Den machen wir jetzt auch mal weg. Oh, verdammt. Machen wir ihn weg. Komm, zerfleischen. Komm. Bam. Der nächste tot. So läuft das doch hier. Und Peng. Och, nö. Das ist doch scheiße. Passt alle tot. Das ist ja gut. Und Kalak lebt noch nicht mehr lange. Ey, wie oft dürft ihr angreifen? Shit. Äh. Ville Schatrade. Boah, 1,5 Damage. Damn. Wie viele sind das noch? Ich seh noch ein paar, ne? Wir sind noch ein paar, ey. Wenn ich den jetzt weg machen kann. 7 Damage. Ah, ärgerlich. Aber das dürfte es auch mit dem Gewinn sein. Bitte, bitte, bitte. Ey, schlag verdammte Scheiße. Ja, ich kann nichts anderes machen. Triff, triff, triff. Sehr gut. Kritischer Treffer. Wunderbar. So. Hier sind das noch drei, ne? Er ist kaputt gefühlt. Sehr gut. Zwei noch. Ich mach das nicht mal lange. Kalak ist zwar tot, aber... Die hat hier gut aufgeräumt. Wunderbar. Komm, lass mich mal jetzt hier los, Alter. Was soll denn das? Guck mal, was ist das hier? Tote H. Okay. Bauliger Tumor. Das ist ja widerwärtig. So. Hallöchen Carla. Ach, äh, doch, Kalak. Ja, aber wofür hab ich das jetzt hier gemacht? Also jetzt mal vor mir. Schlüssel. Hier ist ein Schlüssel. Okay, Tagebuch. Hier ist ein Schlüssel. Ey, den nehmen wir mit haben oder nicht haben, ne? Hier ist eine Kiste. Eng. Ah, da war der Schlüssel. Ja, ist ja praktisch. Hallo? Ich will springen. Was ist mit dir? Oh, top. Aber zum Teil bin ich hier auch überhaupt. Oh, die möchte ich eigentlich nicht plüllen. Der wäre eh noch scheiße. Na, gucken wir mal. Boah, ich sollte irgendwie ganz dringend noch ins Lager gehen. Eigentlich. Sind hier jetzt alle? Okay. Wir machen mal einen kleinen Rast, Jungs und Mädels. Oh, oder auch nicht. Was kommt denn jetzt hier? Ach, nicht sie schon wieder. Geht doch weg. Misora. Was ist denn jetzt? Oh, ich liebe diese Zeit von Jahrzehnten. Die Dich-Häden starten, woher du siehst. Was willst du, Misora? Was für eine neue Mission. Oh. Okay. Oh. Das wird nicht einfach. Ich vergesse es. Meinetwegen kann diese Scherge in den Türmen verrotten. In den Türmen verrotten. Warum? Ach, Gott. Was hast du da für Vertrag unterschrieben? Ich mache es einfach. Will verfolgt oder verfolgt. Und er wird in einen dicken Blumen von Stinkfläsch. Und sinkt in eine Verne. Jetzt, sei ein guter Junge und spiele, Pop. Oder du wirst eine Eternität in den Hellen spenden. Verdammt der Mist. Oh. Dann hol mir den raus. Wir retten euren Besitz unter einer Bedingung. Oh. Und welche Kondition ist das? Na, welche wohl? Deine Mind linkt mit Will's. Draht in bei seiner erhöhten Panik. Was machst du? Äh. Redet mit Will durch den Verstand. Vertraut mir. Will relaxes. Und deine Verbindung fadet. Misoa, wir retten diesen Besitz, wenn ihr Will aus dem Pakt entlasst. Interessant. Jetzt, warum sollte ich gehen, mein favoritem Pett auf diesem Tisch? Äh. Sag, dass du eine Form bekennst, um einen Pakt zu brechen. Und zoi, du teuflische Phasen. Moment, das ist ja. Äh. Dich an alles ändern, was du über Teufel und ihre Verträge weißt. Oh, das könnte funktionieren. Das könnte sehr gut funktionieren. Ich hab immer noch nicht den Jungen gefunden, ist auch egal. Geschichte. Plus 1, eine 14 muss ich Würfe finden. Das wird ein langes Würfelspielchen, ja. Ja, oder auch nicht. First Troy. Hehehe. Oh. Versuchen wir es mal. Warum lacht die? Warum lacht die? Die macht sich bei mich lustig. Ist ja frech. Scharek so. Scharek so. Bravo. Fine. Ich spiele dein Spiel. Aber ich endete den Pakt, um die Mission zu Ende. Nicht vorhin. Okay. Paragrafen, Tante. Ich muss alles zu irgendeinem Scheiß-Turm. Ja, zisch ab, Paragrafen, Tante. Junge, Junge. Jetzt wollen sie alle reden. Ach so, Asterion, was ist denn mit dir los? Ja. Nicht schön hier. The perfect praying ground for a devil, who offers a way out for those, who sign on the dotted line. I hope we end up seeing our friend Raphael down here somewhere. Raphael. Hoffentlich nicht. Warum wollt ihr ihn treffen? Help me find him. Und du findest, wenn ich zu sein Haus getrunken wurde, wurde ich aufgrund gefahren. Aber jetzt, jetzt weiß ich, was muss ich fragen. Ist das so? Natürlich, wir schließlich wissen, wie die Sache ausgeht. Wir sind nett zu Esterian. Okay, wer will noch hier reden? Hallak will reden? Okay. Ja. Hm. Ich habe es aber gehört, dass die letzte Sache, die Will für sie tun muss, dann ist er frei. Ja, er ist halt ein Teufel. Ich weiß nicht, ob man da so vertrauen kann. Gut zu wissen. Danke für die Information. Ey, nächstes Mal, nächstes Mal klein gesucht werden im Vertrag, der Idiot. Ihr hattet dich ganz schön im Schwitzkasten. Weitwitzige Geschichte, er erledigt diese Mission und wieso, er wird euch von dem Pakt befreien. Gerne doch. Na klar. Befürchte fast auch. Es ist nicht so, als ob ihr eine Wahl hättet. Erledige die Mission oder vergammelt... Ne, das ist nicht nett. Ja. Habt ihr eine Ahnung, wer dieser Teufel ist und der befreit werden soll? Scheiße. Dazu wird es nicht kommen. Die Schwertküsse bedeutet eher zu viel. Ja, vielleicht. Und es bedeutet alles für mich. Ich wusste immer, was meine Zukunft hielt. Und ich weiß, dass ich richtig wähle. Gut. Äh, was hättet ihr von Raphael? Wir gehen mal weiter. Will dir keiner mehr quatschen? Och, komm schon. Keiner mehr. Nicht mal Shadowheart. Och, Menno. Wird's nicht ein bisschen flirten? Oh, okay. Ja. Okay. Äh. Ach, nee. Okay. Nicht zu quatschen. Alles klar, wir gehen pennen. Perfekt. Ah. Bitte lass nicht noch mal irgendwann jemanden spawnen jetzt hier. Oder? Oh. Hallöchen. Ui, Hallöchen. Wow. Die ist auch richtig. What the fuck. Danke. Und was wollen wir hier bequatschen? So bin ich. Ähm. Ich hatte keine Wahl. Sie braucht meine Hilfe. Vermutlich. Oh. Oh. Na toll. Ach so. Gut, dass ich bisher Glück hab. Ihr wollt doch nicht. Kann ich irgendwie helfen. I'm afraid this burden is one I have to carry. Oh. I just hope my powers last long enough to see this through. In any case. The absolute knows you carry me with you now. Hm. It wants to retrieve me. Das hab ich schon gemerkt. Das werde ich aber nicht zulassen. I know. I'm glad you are on my side. Bis zum Ende. I am the only one who can resist the absolute symbol. I have no influence. Hence it's fear of me. It's. It's desperation. Unfortunately. That also means it is educating more and more resources. To my retrieval. Hm. William klingt besser. Nicht? Oh. Okay, machen wir nicht nochmal Druck hier. Nein, Quatsch. Kann ich jetzt bitte mal schlafen, ey? Oder gib mir irgendwie jeder auf den Sack. Jetzt aber. Gott sei Dank, Junge, ey. Das ist aber auch wirklich wild, ja. So. Im Dunkeln schlafen. Okay, okay, okay. Lager verlassen. Okay, dann erkunden wir das hier mal weiter. Hier beide. Der Rest kommt ja leider nicht mit. Kann nicht mitkommen. Geht's aber auch hier hin. Würde ich so gern wissen. Hier ist nichts mehr, ne? Naja. Sind Häuser. Da können wir erstmal nicht hingehen, I guess. Weil dann, ich glaub, die Hälfte meines Trupps ist ja gar nicht dabei. Das wär ja mehr als fatal. Das machen wir mal nicht. Das machen wir mal nicht. Nein, du sollst springen. Kommt der Mist, komm. Komm schon, du schaffst das. Oh, nee. Ich krieg's wieder nicht hin. Ich muss mit Kardak rüber springen, dass mein Charakter nachkommt. Und Peng. Kommt der? Fuck. Das ist noch etwas anders. So löst man das hier. Hehe. Okay, da können wir also nicht hingehen. Ich weiß nicht, wo der Junge ist, aber dem widme ich, wenn ich Lust und Zeit dafür hab. Und weiß, wo der Penner ist. Der kleine Frechdachs. Waren wir ja auch schon? Ja, hier waren wir, ne? Ja. Ja. Da müssen wir jetzt hier runter. Okay. Mal gucken, was jetzt in dieser verlassenen, was in diesem verlassenen Dorf ist. Geht nicht so idyllisch aus. Hm. Haben wir hier? Oh. Ein Ambush. Oh, ein Schlüssel zur Tüpfer-Trua. Okay. Verstecken. Nein. So. Der erste kann man hier dran glauben. Und tschüss. Oh, was sind das für Viecher? Hier sind sehr viele davon. Oh mein Gott. Schau, hier sind sehr viele. Wenn wir den wegbekommen, ist es einer weniger. Rittischer Treffer, das will ich doch lesen. Wie viele sind es jetzt noch? Drei, ne? Kriegen wir hin. Überrascht. Ja, ihr seid überrascht. Mal gucken, ob ich hier mich noch erwische. Den erwische ich. Den vermute ich nicht, ne? Doch. Arm. Warlock. Du riechst Blut, ja. So. Peng. Los, komm. Oh, das war wenig Damage. Hm. Leiderlich. Die halten doch ein bisschen viel aus. Time to kill. Stecken sogar erfolgreich. Oh, das könnte reinknallen. Oh, 18 Damage. Geil. Geil. Oh, der hat sich geportet, der kleine Frechtax. Oh, das ist übel. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Die sind zu nah dran, ja. Recht Dax. Mal draufhauen, ja. So, machen wir das viermal jetzt weg. Jawohl. Zehn leben noch. Und weg ist er. Wegpinnen kann ich nicht. Oh, okay. Das ist nicht so gut. Oh ja. Rettungswurfe, hör doch auf. Weg, mach den weg, mach den weg. Nee, schlag. Komm, klapper mal rum. Ran. Rum und ran. Äh. Ach, was. Oh, aua. Oh, der ist nicht tot. Ich dachte, der wäre tot. Was ist übel. Shit, die nerven mich. Der war doch tot, muss ich mal sagen. Lächerlich, was er noch überlegt hat, das immer. So, treffe ich den? Wahrscheinlich nicht. Dachte ich mir schon fast. Ach, Jungs, nervig. So. Und Tschüss. Einer noch. So. Nur noch einer. Ist aber nicht getroffen. Nein. Äh, jetzt habe ich Färgerangriff gemacht. Das war dumm von mir. So blöd. Komm. Hey, Steril, mach ihn weg. Rechts sind der mit. Schwirrt langsam. Was? Schatten teleportieren? Nee, was soll denn das hier? Also, das akzeptiere ich ja überhaupt nicht. Scheiße. Und so weit weg. Erschütternder Hieb. Verschlag. Geil. Schön. Richtig toll. Aua. Komm, der fällt da da safe runter, oder? Sehr schön. Wechseln wir. Gold hat. Immer mit. So. Ja gut, viel Gold macht die Ente jetzt auch nicht mehr fett, ne? Also, naja. Hammer nicht haben. Mach ich jetzt so der Tor hier. Mal gucken. Aber sogar hier hoch. Zack. Leuchtende Handschuh. Ida von Opera. Klingt wichtig. Aber das gefällt dir nicht. Das gefällt dir ja gar nicht. Fällt dir nicht so an. Shadow Hearts. Das ist doch nur ein Souvenir. So, aber was ist denn das für ein Dorf hier? Das ist so eine Hafenstadt gefühlt. Oh. Aha. Aha. Traps also. Die kann du das Deren entschärfen. Da ist er gut dran. Plus 16 bis 19. Wunderbar. Okay, und warum hat das jetzt eine Falle hier drin? Falle der Protokoll? Maybe. Aha. Razertruhe? Wo ist denn die? Oh, da haben die die versteckt. Das ist frech. Das ist ja richtig frech. Oh, okay. Verschlossen. Da kenne ich doch jemanden. Oh, das Ding. Skeleton Key wäre auch nicht schlecht. Und? Was ist drin? Regenring. Das ist ja wunderbar. Hat sich richtig gelohnt. Wie lang vielleicht? Ja, mehrere Wege füllen nach oben, ne? Ist die Brücke denn kaputt? Ich glaube, hier kann man nicht mehr lang. Oder? Doch, kann man noch. Oh, aber hier ist auch nicht viel besser. Ui, 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 ui. Oh, okay.